Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. VfB Stuttgart schlägt BVB erneut und visiert Champions League an. Sieg in Dortmund, der VfB Stuttgart spielt jetzt auf Champions League Niveau. Am vergangenen Samstag, 6. April, konnte der VfB Stuttgart einen bedeutenden Sieg gegen den BVB Dortmund erringen. Dieser Sieg beflügelt die Hoffnungen des Teams und seiner Anhänger, sich für die Qualifikation zur Champions League zu entscheiden. Der VfB Stuttgart zeigte außergewöhnlichen Tennis mit einem beeindruckenden 3-1-Finish gegen Borussia Dortmund, Quelle Kicker. VfB Stuttgart zeigte besonders in der zweiten Hälfte einen herausragenden Auftritt. Sie dominierten das Feld und zeigten einen außergewöhnlichen Teamgeist, Quelle Sportschau. Das erste Tor geschah in der 15. Minute dank einer brillanten Leistung von Sasa Kalajdzic, gefolgt von einem formidablen Tor von Silas Wamangituka in der 40. Minute. Borussia Dortmund machte nach der Halbzeitpause einen Angriff, konnten aber trotz Marco Roys Tor in der 65. Minute keinen Ausgleich erzielen. Der VfB Stuttgart hat jetzt eine starke Position in der Rangliste und hat das Potenzial, sich für die nächste Saison für die Champions League zu qualifizieren, was ein großer Erfolg und ein großer Sprung für das Team wäre. Während des Spiels blieb die Defensive solide und die Offensive zeigte eine beeindruckende Dynamik und Kreativität. Der Sieg des VfB Stuttgart über den BVB Dortmund unterstreicht den Phönix aus der Ascheweg, den das schwäbische Team in letzter Zeit gegangen ist und wird den Rückhalt und den Zuspruch der Fans des Teams stärken. Sportbild. Es bleibt abzuwarten, wie sich der VfB Stuttgart im nächsten Spiel gegen den FC Bayern München halten wird. Aber nach solch dynamischen Leistungen in den letzten Spielen wird die gegnerische Seite sie sicherlich nicht unterschätzen. Autor Anita Farke Veröffentlicht am Samstag, 6. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.